Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und Herzen Willkommen an diesem Mittwoch, dem 5. April 2023. Du hörst gerade die Geek Talk Daily 1341 und ja, ich bin fast schon wieder zurück. Die Stimme noch nicht ganz, aber es geht Schritt für Schritt aufwärts. Heute habe ich die folgenden Themen. Tim Cook, Spotify, Spotify, Sony, Huawei, Acara und die Helvetia-Versicherung, um die nicht zu vergessen. Genau, das ist eine Last-Minute-News, die noch reingefischt ist oder gegrätscht ist, wie auch immer. Tim Cook schwärmt anscheinend über die Augment-Reality-App oder Lösungen oder Möglichkeiten, die wir hier haben. Man munkelt ja schon länger, unter anderem auch Kurmann, dass das im WWDC, sprich im Juni dieses Jahres, vorgestellt wird. Zumindest soll es das erste von Apples AR-Lösungen sein und wir werden es dann sehen, wenn es soweit ist. In diversen Nachrichtenkanälen wird auch schon gespottet. Ich mag mich irgendwie dezent daran erinnern, wie es bei der Apple Watch war. Das war ja auch eine Totgeburt von Anfang an. Man hat sie kaputt geschrieben und im Vorhinein schon gesagt, dass Apple da nichts wirklich reissen werden kann. Wie es dann wirklich läuft, werden wir erst sehen, wenn das Gerät hier ist und wenn wir vielleicht eine Version 2 oder 3 sehen. Ich kann mir vorstellen, dass da so einiges möglich ist. Auch vor allem, und da bin ich nach wie vor der Meinung, dass AR viel mehr Potenzial hat als VR. Aber wir werden es sehen, wenn es soweit ist. Spotify, die bringen kein Apple Play 2 und auch kein HomePod-Unterstützung. Weshalb nicht? Ja, das ist so halt ein Ding. Eigentlich hat man sich ja bei der EU beschwert, dass man Apple so böse ist und sie da nicht zugreifen dürfen. Apple hat das Ganze geöffnet und seither tut man nichts. Nee, das war nicht gestern, nicht vorgestern und nicht letzten Monat. Das war im Jahre 2019 so. Schwierig, dieses Spotify. Motzen können sie aber liefern, irgendwie doch nicht so wirklich. Und das ist das grosse Problem, was ich mit diesem Unternehmen habe, neben der Podcast-Geschichte. Aktuell sagt man auch, es gibt zu wenig Beschwerden von Nutzern eines HomePods. Sie sagen, sie möchten unbedingt HomePod, weil sonst hätten sie es ja schon lange gebracht. Ich meine, das ist einfach nur... Aber lassen wir das Thema. Spotify, die zweite, betrifft Spotify Live. Was mal früher Spotify Greenroom hiess. Obwohl früher ein fast falscher Begriff ist, denn früher war noch zu Zeiten von Clubhouse. Also irgendwann während der Pandemie. Damals wollte man ein Pendant zu eben Clubhouse bieten und hat dann mit Spotify Greenroom das gebracht, wo man live sich mit Musikern oder auch Podcastern austauschen konnte, einen Audio-Chat-Dienstroom hatte. Und das zeigt auch hier wieder mal im Bereich des Podcasting, was Spotify anbelangt. Setz nicht zu stark auf die Dienste, die sie da dir rundherum anbieten. Es kann sehr schnell wieder zu Ende sein. Das ist fast schon ein bisschen wie bei Google draussen. Der Sony WFC, also Bindestrich C700N. Das ist ein neues In-Ear-Kopfhörer-Teilchen von Sony, welches sie vorgestellt haben. Wer bei diesen ganzen Nummern von Sony nicht ganz, oder Nummern bei diesen ganzen Namen von Sony nicht ganz nachkommt, generell könnt ihr euch merken, WH beim Namen steht jeweils für Over-Ear-Kopfhörer. WF steht für True Wireless Modelle, das heisst die kleinen Knubbeldinger, die du dir ins Ohr stoppst. Und eben davon gibt es jetzt Neuerungen. Beim zweiten auch, aber dazu gleich. Ein neues Produkt kommt auf den Markt, das siebeneinhalb Stunden mit aktivem Noise-Canceling bieten soll. Im Akku-Case nochmals so viel. Ihr habt IPX4-Zertifizierung. Und nach einem Firmware-Update, was im Sommer dieses Jahres kommen soll, wird auch Multipoint-Bluetooth-Connection unterstützt. Das ist etwas, was ich finde, man hätte gleich von Anfang unterstützen können. Liegt aber, glaube ich, wahrscheinlich ziemlich sicher. Ich muss das mal ein bisschen genauer anschauen in den Specs. Am verwendeten Chip, der das eben erst später ausliefern wird. Ja, was haben die Kopfhörer ansonsten noch? Eine neue Art von Geräuschunterdrückung, sprich dem ANC sowie dem Transparenz-Modus. Oder wie das bei Sony heisst, den Ambient-Sound-Modus. Und ihr habt neue Feed-Forward-Mikrofone, die es ermöglichen, zum Beispiel beim Telefongespräch die Geräusche um deinen Mund herum, die nicht mit ins Gespräch müssen, schön rauszufiltern. Und jetzt kommen wir noch zu der zweiten Neuerung, die den WH, also Over-Ear-Kopfhörer betreffen. Ja, beim WH-1000XM5, das sind einfach die ganz grossen Over-Ear-ANC-Kopfhörer, die Referenzmodelle von Sony, die gibt es neu jetzt auch in der Farbe Midnight Blue. Wer also möchte, kann jetzt zugreifen. Und schöne Neuigkeiten gibt es beim Bereich Huawei, die haben nämlich die App im Play Store nicht mehr drin. Es hat mich schon länger gewundert, dass sie noch drin ist. Bis jetzt hat Google sie rausgeschmissen. Bei Apple ist sie noch im App Store drin. Da gibt es keine anderen Möglichkeiten. Bei Samsung ist sie noch im Galaxy Store mit drin. Und natürlich ist sie in der App Gallery, dem eigenen App Store von Huawei, noch drin. Es geht um die App Huawei Health. Die App, die du benötigst, um ein Wearable aus dem Hause Huawei zu betreiben oder zumindest zu connecten. Ich hoffe, dass das nur ein temporärer Fehler ist und die wieder auftaucht. Ansonsten wird es unschön. Das heisst, ihr müsst dann Side-Loading betreiben und oder halt euch, wenn ihr ein Samsung-Smartphone habt, deren Store oder ein Huawei-Smartphone habt, die App Gallery dazu nutzen. Bei allen anderen Android-Modellen ist dann der Weg über die Homepage, um die APK-Detail zu laden. Und ganz wichtig, holt euch die Datei bei Huawei selber und nicht irgendwo im Netz. Weil, ja, ihr wisst nicht, was ihr euch dann da installiert. Letzte, vorletzte, vorvorletzte, ja, vor zwei, drei Wochen habe ich euch die Acara G4, eine Videotürklingel der smarten Art vorgestellt, die in allen grossen Smart-Home-Systemen zu Hause ist. Und die hat jetzt ein erstes grosses Update bekommen. Ich habe auf meinem Video, auch das verlinke ich euch auf daily.giktok.ch und oder im Podcatcher ein Vertrauens zum Anklicken und dann nachher auch anschauen, auch das eine oder andere Feedback via Kommentar unten dran oder eben nachher auch via E-Mail bekommen, dass da noch ein paar Kinderschuh-Probleme, Kinderschuh-Probleme, Probleme in den Kinderschuhen, einfach Probleme der ersten Version bestehen. Anscheinend haben Menschen bei der Aufnahme auf die Micro-SD-Karte Probleme gehabt und noch ein paar andere Geschichten. Vieles davon sollte laut Acara jetzt ausgebügelt sein. Ich bin mal gespannt. Ich hatte bis jetzt noch kein grosses Problem damit und kann da somit nicht mitreden. Und zu guter Letzt gibt es noch eben die Last-Minute-Neuigkeit, die Geschichte rund um die Helvetia-Versicherung, welche neu auf JetGPT setzt. Helvetia-Versicherung ist einer der grössten, wenn nicht der allergrösste Krankenkassenversicherungskonzern oder was auch immer hier in der Schweiz. Und die setzen, wie gesagt, bei ihrem Chatbot auf JetGPT-Unterstützung. Das ist dahingehend vor allem fatal, dass die ziemlich komische Daten ausliefern. Und zwar nicht jedes Mal die gleichen. Und das ist eben das grosse Problem bei JetGPT. Mann oder auch Frau weiss nicht, woher die Daten kommen. Und das Verifizieren der Daten ist sehr schwierig. So haben es Steiner Legal oder auch Tippinpoint.ch beide unabhängig voneinander Versuche gemacht und haben dabei BVG-Wiff-Zügen andere Antworten erhalten, was natürlich überhaupt nicht geschickt ist. Noch viel ungeschickter ist, Helvetia-Versicherung setzt auf den Dienst, rät aber gleichzeitig auch von deren Vernutzung ab, was ja ziemlich pervers ist. Aber ja, wie ist es halt heutzutage, man hat ein bisschen Geld übrig und das haben Versicherungen und Banken sowieso und auch andere Konzerne. Und dann macht man halt auch was von diesem Modernen mit diesem JetGPT und oder KI und integriert das. Und das absolut Schlimme daran ist natürlich der Nutzer im Hintergrund oder die Nutzerin, der oder die dann gar nicht weiss, wohin seine Daten gehen. Ich meine, was ich da dem Jet eingebe, muss ich ja damit rechnen, dass das zukünftig auch auf Servern in den USA landet. Weil JetGPT und solche Geschichten. Und das muss definitiv nicht sein. Also bitte, liebe Firmen da draussen, es ist schön, wenn ihr experimentiert, aber macht das bei uns, oder bei euch besser gesagt, unten in den Laboren, im Keller und nicht beim Nutzer da draussen, weil eben Daten, ihr wisst ja. Das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und ich hoffe auch, ich schaffe es in den nächsten Tagen wieder. Aber es geht langsam bergauf. In diesem Sinne, bis bald. Dein Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.